Mareke Spitzer von irishwiskies.de freut mich ganz besonders, dass wir dich heute bei uns auch bei Whisky Experts haben. Es gibt ein Jubiläum zu feiern, auch wenn es schon ein bisschen vorbei ist, aber das wollen wir jetzt nachholen, nämlich 10jahreirishwiskies.de, dein Online-Shop für irische Whiskies. So was startet man ja nicht aus Jux und Trollerei, sondern da gibt es eine Vorgeschichte dazu, nehme ich mal an. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja, gerne. Also ja, wahrscheinlich war es schon im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Es fing eigentlich damit an, dass irgendwann Whisky zu Hause eingezogen ist. Und ich als nicht alkoholisch trinkende Person, alkoholtrinkende Person so, gedacht habe, warum trinkt man Whisky? Was will man damit bezwecken? Was ist das? Und ja, sollte dann auf eine Whisky-Messe fahren und den Fahrer spielen. Und ja, ich war dann die Person, die dann mit einer Flasche Whisky nach Hause gegangen ist, weil es mich einfach sehr fasziniert hat, dass man so lange über ein Thema sprechen kann, was mit Alkohol zu tun hat und man das halt nicht trinkt wie einen Schnaps, um sich einfach nur zu besaufen, sondern dass man sich darüber stundenlang austauschen kann. Und ja, tatsächlich mit einer Flasche Jameson Gold bin ich nach Hause gegangen. Also ich war sofort dem irischen Whisky verfallen, habe dann angefangen zu recherchieren, was gibt es an irischem Whisky, wo kann man das beziehen? Und konnte wirklich einfach nicht fassen, dass es eigentlich kaum existent ist, außer halt diesen großen Standardabfüllungen, die man halt damals so bekannt hat. Ja, dann bin ich also los und habe gesagt, okay, das kann es irgendwie nicht sein. Also ich bin halt auch eine Person, für mich so ein, okay, das geht nicht, gibt es nicht. Also dann, da muss irgendwas passieren. Und ich glaube, ich habe es halt auch einfach gerade zum richtigen Zeitpunkt gemacht, weil es war 2011, wo ich dann Alkohol gegründet habe. Und 2012 ging es ja dann in Irland richtig los, dass der ganze Aufschwung losging, dass die neue Destillerien eröffnet worden sind und, und, und. Aber als ich angefangen habe, bin ich mit 36 Whiskys online gestartet. 36? Und das war damals eigentlich schon eine große Menge, weil es gab ja, wie du gesagt hast, noch nicht so viel damals. Und wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeit, dann war ja auch die Akzeptanz von irischem Whisky in unseren Ländern nicht besonders hoch. Also das war eher ein bisschen verschrien, oder? Ja, also ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, nur so einen Online-Shop zu haben, das geht nicht. Also du musst da richtig Arbeit reinstecken und du musst ja eigentlich dein ganzes Herzblut reinstecken. Ansonsten funktioniert es nicht. Und ich habe auch gemerkt, nur Online geht auch nicht. Und habe dann 2012 glücklicherweise auf den Whisky- und Tobacco-Days in Hofheim einen Platz bekommen. Weil man muss ja auch bedenken, es gab nicht hunderte von Whisky-Messen, wie es die jetzt gibt. Da gab es vielleicht fünf bis zehn, wo man gesagt hat, okay, da wäre man gerne mit dabei. Und da hatte einer kurzfristig abgesagt. Und da hat mich dann der Thorsten Herold angerufen und hat gefragt, hier, wie sieht es denn aus? Ich hätte einen Stand für dich. Magst du kommen? Und das waren drei Wochen Vorbereitungszeit. Und als jemand, der noch nie eine Messe gemacht hat, überhaupt keine Ahnung hatte, was ihn erwartet, waren diese drei Wochen echt knapp. Und ich bin da hingekommen und die Leute haben mich alle angeguckt. Und ich meinte, was will die jetzt hier? Was verkauft die denn irischen Whisky? Will doch keiner. Also da habe ich natürlich auch nicht mit gerechnet, weil ich war ja in meiner Online-Welt. Und Facebook und so war da auch noch nicht so existent, wie das jetzt ist. Ja, und die gängige Meinung war, nächstes Jahr ist die sowieso nicht mehr da. Ja, und so ist dann Gott sei Dank nicht gekommen. Und es hat sich auch die Einstellung zur irischen Whisky über die Jahre, und da bist du sicher auch nicht daran unbeteiligt, weil du immer dahinter gestanden bist, doch deutlich geändert. Und es hat sich auch der irische Whisky verändert in diesen zehn Jahren, wo du dieses Geschäft hast und den Whisky nach Deutschland importierst. Wie hast denn du die Veränderung miterlebt? Boah, also das war so, also eigentlich ging das so in Wellen immer mal. Es war mal ein bisschen ruhiger, dann kam wieder so ein Schwung, dann war es wieder ein bisschen ruhiger und im Moment geht es nur bap, 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 bap. Also ständig irgendwie was Neues. Also eigentlich erreichen mich täglich Anfragen von neuen Marken, neue Destillerie, irgendwas, was man jetzt einfach aufnehmen könnte. Aber es war schon, also dass Dingle dann 2012 eröffnet hatte, war schon, wow, eine erste unabhängige Brennerei. Also ja, und dann, es waren ja einer der Ersten. Und dann Teeling, Teeling war dann ganz groß, dass die dann ihre eigene Brennerei in Dublin eröffnet haben. Und ich glaube, weil die so viel Marketingbudget auch einfach reingesteckt haben, das gab dem irischen Whisky schon nochmal einen richtigen Schub. Also muss man schon sagen, gerade so für die Neuen. Aber ich bin auch immer dabei zu sagen, gäbe es Jameson Bushmills und so weiter nicht, hätten wir den irischen Whisky wahrscheinlich auch heute nicht da, wo er jetzt ist. Ja, und jetzt sind da sehr viele kleine, neue Destillerien nachgekommen. Und sehr viele haben sich den Bonding verschrieben, die ja so jetzt unabhängig sozusagen abfüllen. Hast du nicht ein bisschen die Angst, dass es zu viel wird, zu schnell? Ja, definitiv. Also es wird auch nicht jeder überleben. Also absolut nicht. Ich hatte hier hinten W.D. O'Connell, die beiden, die sind jetzt neuer. W.D. O'Connell, die sind neuer. Und der Dahi war mit uns auf der Messe letztes Wochenende. Und das ist jemand, der hat jahrelang in Hongkong gelebt, der trinkt persönlich selbst gerne irischen Whisky und wollte 2016 erst eine Destillerie bauen, hat sich dann dagegen entschieden und arbeitet jetzt als unabhängiger Abfüller. Und wir haben recht offen darüber gesprochen. Und er sagt auch, also er glaubt auch nicht, dass alle überleben werden. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal ganz realistisch sehen. Wenn ich jetzt einfach mit 1, 2 Abfüllungen auf den Markt komme, wo ich Whisky von einer großen Brennerei habe und sage, okay, hier bitte, weil ihr kauft ja gerade alles, das wird nicht überleben. Absolut nicht. Glaube ich nicht. Und Whisky Bonner, ich glaube, Louise J.J. Corey, die hat das schon auf gute Füße gestellt. Auch die Jungs von Two Stacks und The Liberator, der Morris O'Connell, der ist ja sehr geschichtsträchtig. Also der weiß einfach schon, was er tut. Aber ich kann nicht einfach nur mit einer Abfüllung auf den Markt kommen und sagen, hey, ich erfinde jetzt irischen Whisky gerade neu und ihr müsst das alles kaufen. Das wird nichts. Das heißt, du nimmst mal an, dass er sich ein bisschen konsolidieren wird in der nächsten Zeit, über die nächsten Jahre. Was ist denn momentan so aktuell denn dein Lieblings-Whisky aus Irland? Hast du da einen? Oh, schwierige Frage. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Unterschiedlich. Also tatsächlich, ich mache ja Selbstabfüllungen. Wenn ich die nicht gut finden würde, wäre doof. Aber ja, ich habe so zwei Highlights. Die stehen sogar hinter mir. Aber jetzt eher Zufall. Und zwar hier dieser Matt Darcy. Das ist eine Marke, die jetzt Eckenville aufgekauft hat. Das ist ein Blend aus 17 Jahre altem Single Morton, 10 Jahre altem Grey mit Podcast Finish. Für 50 Euro finde ich Top-Preis-Leistungsverhältnis. Den finde ich richtig gut. Und hier unsere Sonderabfüllung zum Irish Whisky-Wochenende. Weil das was ganz anderes mal ist. Und viele, die mich kennen, wissen, dass ich kein Peat-Whisky mag. Und wir haben hier Single Pots de Whisky mit Peat zusammengeblendet. Und das ist eine spannende Geschichte geworden, weil es einfach so noch gar nicht gab. Damit gibst du mir auch schon ein Stichwort, um eine weitere Fragengruppe zu eröffnen. Nämlich das Irish Whisky-Wochenende. Das ja im letzten Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Und ein Riesenerfolg war. Und das eigentlich, ja, auch für Leute, die sich noch nicht mit irischen Whisky so sehr beschäftigen, ein wunderbarer Einstieg ist, um mehr aus ihren und kennen zu lernen. Was habt ihr denn heuer vor? Ja, also wir haben wieder elf verschiedene Tastings. Oder Masterclasses kann man schon eher sagen. Weil die werden alle geführt von Eigentümern, Master-Destillern oder langjährigen Brand-Ambessadern. Also Leuten, die sich wirklich mit dem identifizieren können, was sie da verkaufen. Weil das ist mir ganz wichtig. Ich brauche keinen Verkäufer, der einfach nur die Marketing-Sachen runterrasselt. Das bin ich nicht. Das ist Irish Whisky's nicht. Ich glaube, wer schon mal Tastings von mir mitgemacht hat, der weiß das, dass ich auch keine Preise kann. Weil es ist einfach wichtiger, was da in der Flasche ist, als das, was es kostet. Und beim Irish Whisky-Wochenende ist es so, also ihr bekommt vier Proben pro Masterclass, aber mit 5 CL. Also theoretisch reicht ein Tastingset für zwei Personen oder nochmal zum Nachprobieren. Mit einem Tuat-Glass. Ein Set kostet 38,90 Euro. Ein Tastings geht so 45 Minuten bis eine Stunde. Wir haben in den Pausen Irish Folk Music. Wir haben auch eine längere Pause. Da wird es am Samstag ein Live-Konzert geben von einer Irish Folk Band aus Deutschland. Und sonntags wird es ein Konzert geben von einer irischen Künstlerin. Also es soll so ein bisschen den irischen Whisky näher bringen, aber auch so dieses Flair, was Irland bietet. Ja, also ich kaufe ja nicht immer nur den Whisky zum Trinken, sondern ich will ja auch das Gefühl von dem Land haben. Und das haben mir die Leute letztes Jahr bestätigt, dass das rüberkam. Und dieses Jahr haben wir es sogar noch um Rezepte erweitert. Also man kann irisch kochen zu Hause und bekommt dann noch ein paar Rezeptideen. Man bekommt einen Flyer, wo man die ganzen Tasting Notes reinschreiben kann. Also so ein bisschen rund um Sorgflus-Paket für ein schönes Wochenende zu Hause. Sag uns mal ein paar Tasting-Highlights, auf die sich die Leute besonders freuen können. Ja, also definitiv hier W.D. O'Connell. Die Masterclass ist der Hammer. Wir haben gerade gestern die ganzen Sachen noch fertig abgefüllt. Power Squad haben wir den neuen Fakalen Amarone mit drin. Bei Clona Kilty gibt es auch ein Jahre alten New Make. Also das ist vielleicht sowieso das Highlight, dass in ganz vielen Tasting-Sets ein Jahr alter New Make beziehungsweise Spirit ist. Also Sachen, die man einfach gar nicht zu verkosten bekommt normalerweise. Bei Connacht bekommt ihr den ersten eigenen Whisky von der Connacht Distillery geliefert. Plus angereiften Whisky. Also ihr habt einen direkten Vergleich, was passiert. Bei Eckenwell gibt es einen Old Combo-Pot still, der schon gar nicht mehr auf dem Markt ist. Ja, und bei JJ Corley releasen wir unseren The Cross No. 3. Wieder ein eigener Whisky von uns, den wir mitgeblendet und gefinisht haben. Ja, also ich muss ja immer sagen, es lohnt sich eigentlich jedes Tasting-Set, weil sonst hätte ich sie nicht so zusammengestellt. Und ein Tasting ist dann noch vier Single Cards von uns. Das heißt also, es gibt Dinge, die du sonst nicht kriegst. Das ist nicht so ein Standard-Marketing-Tasting, wo die Grundsachen heruntergebetet werden, sondern das sind wirklich spezielle Sachen. Jetzt sag uns bitte noch, welches Wochenende müssen wir uns alle frei halten dafür? Ja, 9.10. und 10.10. Oktober. Da ist dann das All's Whisky-Wochenende. Die Informationen dazu gibt es bei dir auf der Seite irish-whisky.de. Genau. Und dann sage ich dir mal danke für dieses wirklich interessante Interview, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem All's Whisky-Wochenende. Und ja, bei den einen oder anderen Sachen werde ich auch dabei sein. Sehr schön. Danke, Mareike. Danke schön. Einen Tag dir noch. Danke.